Wir sind aus dem wunderschönen Portugal, hier direkt an der Atlantikküste aus dem Villa Vita Park. Wir haben dieses Jahr an der Golf Trophy 2023 teilgenommen und es war einfach der Wahnsinn. Die Organisation war super, alle Tage waren super durchorganisiert. Man hat sich nie gefühlt, als würde einem irgendwas fehlen und es war einfach eine rundum gelungene Woche. Klasse! Auch von mir aus dem Villa Vita Park, von der DVAG Golf Trophy 2023, das Finale an der Algarve. Vier tolle Plätze, die wir spielen konnten, sehr anspruchsvolle Plätze in einem überragenden Pflegezustand. Wir haben das Beste gegeben, es gab tolle Gewinne und wir hatten eine super Woche hier mit schönem Wetter nochmal im November. Wir haben das Beste gegeben, wir haben das Beste gegeben, wir haben das Beste gegeben.